Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Far Cry. In der letzten Aufnahme hat es leider ein bisschen gestoppt. Jetzt aber... Machen wir es richtig, ne? Sehr gut. Also wir können ja nochmal hier... Das war ja nur ein Fehlerfreund, weil ich ja irgendwie hier auf dem Auslöser gekommen bin. Sonst wäre ja nichts passiert, ne? Okay. Der ist montiert, da ist der Mechaniker. Da ist auch nochmal einer, aber den können wir leider jetzt nicht sehen. Genau. Glaube. Okay. Wir wissen gar nicht, woher das kommt. Wir müssen uns beeilen, bevor der Alarm ausgelöst wird. Okay. Ian, wir sehen uns dafür an Auslöser. Okay. Advisoryů ... ... Schnell, schnell, schnell. Wir dürfen niemanden an den Alarm lassen. Na komm, deaktivieren, deaktivieren. Deaktivieren den Alarm. Deaktivieren den Alarm, schnell, schnell, schnell. Egal was der Panzer schießt, wir machen ihn kalt jetzt. Jetzt haben wir Zeit der Welt. Egal wo der Panzer hin ist, wo ist er denn hin? Da vorne, okay. Wir holen ihn uns. Ah, bababababa. Okay. Antrieb. Drei. Drei. Vier. Fünf. So. Der ist auch weg. Okay, wir heilen uns mal schnell. Sehr gut, endlich mal die Basis erobert, liebe Leute, ey. Das wurde mal höchste Zeit hier. Nach drei gefühlten Anläufen. Es ist immer besser, den Alarm vorher auszuschalten. Das ist definitiv der beste Weg. Kein Alarm ausgelöst. Sehr gut. Gibt's auch immer einen Bonus für, ne? So, was können wir denn uns hier bestellen? Ah, den haben wir auch. Den, den. Ne. Äh. Gut. Äh. Flugplatzstelle haben wir irgendwo hier? Nein. Haben wir leider nicht, okay. Aber wie ihr seht, seht ihr nix, nein, Quatsch hier. Wir haben schon alles befreit, was geht. Jetzt können wir uns eigentlich hier an die Dinge nix, die jetzt an das hier wagen. Und da können wir noch einen Panzer für nehmen, oder? Warte mal, was haben wir denn da für Möglichkeiten? Der Panzer ist immer ein bisschen auffällig, weil, äh, naja. Okay. Werde ich probieren. So, aber dafür müsste ich jetzt hier, äh, Breton, Kartin, äh, was ist der Unterschied jetzt hier? Der hat dieses... Dieses nach einem vulgären-iranischen Wort für Ohrfallge benannt, der Kraftbau hat immer noch in sich. Ach, das ist dem, was sie da Dings benutzt haben. Ne, ne, wir nehmen mal den hier. Genau. Und rein da und zu. Da muss schon Platz machen. Hallo, ihr müsst doch mal Platz machen, sonst komm ich da nicht durch. So. Ich die halbe Station zerstöre. So. Hä? Kannst nicht der Straße folgen, oder was? Da, Straße folgen. Ist doch einfach. Genau. Jetzt folgt der der Straße. Ich hoffe nicht, dass der uns jetzt hier... Ah, ist ja... Der hat uns voll erwischt, dem Antrieb. Wir müssen hier raus. Ah. Nein. Ich sag ja, ein Panzer ist immer schlecht. Wenn wir einen Panzer haben, haben die auch immer einen Panzer. Komischerweise. Aber gut. Das sollte doch kein Problem sein, dass Dinge da jetzt hier... Warte mal, wir bestellen mal was anderes. Ähm... Wir nehmen mal... Das Fahrzeug ist immer am besten. Genau. Und rein da. So. Da hinten ist es doch. Sehr gut. Ist doch viel einfacher, so zu fliegen. Nein. Nein. Verdammte. Ich hab schon wieder den falschen Knopf gedrückt, liebe Leute. Und mein Fahrzeug ist hinüber. Nein. Hier bin ich doch hier. Kein Aufzug wie Quatsch zu erzählen. So. So. Vielleicht kann ich ja hier am Pferd was machen. Ja, ja. Sehr gut. Die anderen kämpfen und ich fütter das Pferd hier. Arriba. Ja, ja. Gut. Okay. Wo bin ich denn überhaupt jetzt hier? Ja. Eigentlich wollten wir ja hier hin. Jetzt können wir ja Pustekuchen. Wo ist denn die Station da oben? So. Das kriegt sie gebraten und es fährt, liebe Leute. Wir haben es gleich geschafft in einem Moment. Wir gehen jetzt mal da hoch. Da, 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 da. Da ist doch ein Motorrad. Guck mal hier. Im iranischen Auftrag hier. Ich verletze niemanden. Ich brauche nur das Motorrad. Oh, die Karte wird wieder unten angezeigt. Sehr gut. Ich habe ja auch das Spiel neu gestartet, ne? Muss es ja auch. So. Was ist denn jetzt los? Von alleine nach links rüber gezogen. Hier. Eine Ritscha. So. Jetzt gehen wir mal da entlang. Komm zu mir, Baby. Nee. Lass mal stecken. Hier ist auch nochmal eine Dings, hä? Habe ich ja noch gar nicht gesehen. Ich kenne dich hier noch gar nicht. Warte mal. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Station erobert. der hatte ich gar nicht auf dem schirm gehabt was man die habe ich überhaupt nicht gesehen dann hätten wir die ja auch mal in der tasche so zeig mal tatsache die war hier uns unbekannt ne na gut okay wir sind ja wegen ganz andere sachen hier so nicht ja dann haben wir auch erledigt du hast bestimmt irgendwelche informationen was kannst du mir sagen bei maria marquesa productions dreht maria ihre ganzen propagandafelme sie behandelt ihre arbeiter wie dreck und hilf ihnen so machen wir noch mal einen schlüssel wenn man schnell da rein in die nfd basis öffnen da haben wir eine kiste da ist eine kiste welche informationen hier nix ne so ok diese munition können wir auf jeden fall gebrauchen habt ihr fahrzeuge irgendwo hier stehen nur diese wegel schon hier ok dann nehmen wir mal die fahren mal jetzt hier hoch gucken ob wir da irgendwie jetzt mal diese luftabwehr jetzt hier mal erledigen jetzt müsste ja irgendwo in der richtung sein ne warte mal wir kommen schon dahin einen moment da gibt ja richtig gas der moped hier ne warte was hast du denn auf einmal da ist der längste als würdest du dagegen eine richtige rutschpartie was ist das denn eine richtige rutschpartie du immer ok da haben wir es doch so fnd basis zerstört das ding ist runter geholt alles klar ist da noch ein überlebender irgendwo bleibt doch mal stehen freiwillig ach so hier bin ich doch habt ihr mich gehört jetzt so hol sie dir sehr gut abgereichertes uran ich komme so gereichertes uran sehr gut den haben wir jetzt auch erledigt also wir sind im guten hier müssen wir noch hin da ist noch eine basis station aber da können wir schon mal hin laufen warte mal zeige ich mal haben wir denn irgendwelche möglichkeiten hier ein flugzeug oder sowas hier zu bestellen leider nicht nein hier gibt es den jaguar da drin und ne maus oh guck dir die ansicht an herrlich schade dass man nicht hier rein gucken kann aber so hat man ein tolles bild von jahre ne guck mal hier meinst du ich kann ihn von hier erwischen oh ne fast der dreht der dreht sich zu uns um und 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 ah fast erwischt oder meinst du hier mit dem rambo feil können wir den erwischen definitiv guck mal hier nein leider nicht nochmal und wir probieren es nochmal oder wir verpassen ihn ein mit unserem spezial arsenal das war noch nicht das spezial arsenal das ist nämlich doch das war es eigentlich das ist nämlich hier das ist der bogen ist das hier ach ne es wäre geil wenn ich den treffen würde fast ein bisschen höher so und dann nein jetzt sieht er uns aber ach fast komm schon ach ein schönes spiel aber erwischen tue ich ihn leider nicht gut jetzt so und nein ok gut wir haben ihn nicht erwischt liebe leute für die folge reicht es erstmal ich sage erstmal danke fürs zuschauen bis zur nächsten folge so